Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Wir dürfen wieder zurückgehen. Den ganzen Weg zurück. Um endlich zu Martin zu kommen. Warum muss der jetzt schon wieder da sein? Der geht einem echt auf den Zeiger, ne? Ich hoffe er hat uns nicht gesehen. Ich höre ihn immer da rumstampfen. Boah ey. Ach, er ist es. Ich verstehe. Die Jungs sind das. Okay. Dann weiß ich mit wem ich jetzt hier zu tun habe. Mit den beiden, die meine Leber wollen. Ich bin mit mir jetzt. Ich bin mit mir. Ich bin mit Educations gefühl, der dich det nicht mehr raus ist. Ich bin mit einer Leber geworden. Ich bin mit euch. Ich bin mit dem B게. Okay, können wir dann hier durch? Okay. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt gleich dem Dicken über den Haufen, äh, über den Haufen laufen, genau, über den Weg laufen, oder dem Zweiten. Hör auf, du blöde Kamera. Hm, vielleicht mehr Glück als Verstand. Da war der Zweite. Fick dich! Hey! Was soll das? Ah, ich verstehe. Aha. Ist ein Schlüssel notwendig? Uh. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich die aufkriege. Wenn ich ehrlich bin. Blinkt hier irgendwas? Nee, ne? Bist du Vater Martin? Nein. Aber egal, ich gehe zu dir. Doch, du bist doch, oder? Nee. Da habe ich mir Angst vor dem. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Ich weiß nur, dass ich ganz öselige Musik auf den Ohren habe. Und, äh, neuen Eindruck. Notizen. Atmosphärisches Gebet. Schon wieder diese atmosphärischen Störungen. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er an Vater Martins Dreck. Vielleicht hört er, was ich höre. Nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um von hier wegzukommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sandes. Okay, also wir scheinen nicht wirklich an Vater Martin zu glauben. Ich gehe mal davon aus, dass wir ihn dann nicht, äh, treffen wollen. Weil wir zum Reden da herkommen. Er ist auch am Beten. Wir sind alle hier am Beten. Aber meinetwegen beten. Das ist, äh, nicht der Eingang. Gehen wir hier noch rein. Auch am Beten. Wir sind alle am Beten hier. Hey, Jungs. Vielleicht haben sie auch einfach von Vater Martin jetzt den, äh, Auftrag bekommen, uns nicht mehr anzugreifen, sondern so zu tun, als wenn. Dokument. Das Evangelium des Judas. Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unserem Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Wallrider. Lass es den, lass es den Apostel meines Hürden sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Ah, die wollen sich, äh, umbringen, ne? Die wollen alle, dass der Wallrider kommt und sie holt. Das heißt, wir werden am Ende, geh ich jetzt einfach mal davon aus, auf den Wallrider treffen und irgendwas mit ihm machen. Vielleicht gegen ihn kämpfen, Endboss mäßig. Ist nix mehr? Ne. Okay. Achso, hier war ja nix mehr. Hm. Wo muss ich denn dann hin? Hier sind sie alle am Beten. Muss ich da raus? Kann ich mir ja gar nicht. Ah. Aber hier ist nicht der Eingang. Das ist hier wahrscheinlich der Hinterhof oder so. Das sieht mir nicht wie der Eingang aus. Bah. Gott hates sickness. Gott hates money. Gott always provides a way. Oh nein, die beiden. Warum tun die uns nix? Was ist los mit euch? mein Job. Du auch shall escape, Talva. Das ist dein penultimate act of witness. Die promise des Prophets war immer freedom from death. Und hier ist es. Du will watch record my death my resurrection and together we will be free. You are no longer in any danger. I fix the elevator. It will take you to freedom. We will all of escape free. Now my son. es wird nicht an 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 Die Musik ist episch. Die Leidenschaft von Vater Martin. Ich kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen, einen Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Ich bin mir nicht so sicher, ob es das jetzt war. Das ist doch irgendwie... Soll ich den denn jetzt lang? Kann ich einen anderen Weg da gehen? Hier lang? Das ist zu glatt, oder? Das ist zu glatt. Da kommt noch was. Ach, der Typ. Natürlich kommt der Typ nochmal. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Ich laufe immer schneller. Schneller, schneller, schneller. Schneller, schneller, schneller. Ich laufe und 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 weiß nicht mehr, wo ich bin. Aber er weiß noch, wo ich bin Ich weiß nicht mehr, wo ich bin Und weiß nicht, wo ich hin muss Ich muss irgendwo hin Ich muss irgendwo hin Ich muss irgendwo hin Ich muss irgendwo hin Hey, Dicker Du bist mir zu schnell Ah, da geht es nicht lang Der kam doch von hier, oder? Der kam doch von hier, oder? Der kam doch von hier Oh, scheiße, Sackgasse Nicht schlau Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Verdammt, verdammt Wo muss ich denn jetzt hin? Den kriege ich doch nicht mehr los Wow Oh, mein Gott 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 Okay, wir haben ihn abgehangen. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Scheiße, lol. Was ist mit dir denn kaputt? Warum kam der denn jetzt da wieder? Meine Fresse, hier im Ganzen... Wo war das denn jetzt noch, wo ich hergekommen bin? Ach, scheiße. Der kam doch von hier, da muss ich doch hier bestimmt auch landen. Aber wo? Was war denn hier nochmal? Muss ich da hinten durch? Geht die Tür auf? Nee. Kann ich irgendwo hochklettern? Ah, ich bin hier irgendwie in den Raum reingekommen. Moment mal, wo war das noch? Wo war das noch? Boah, wie schnell ist denn der? Oh, fuck. Sackgasse. Ja. Aua. 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 Ach, Mann. Ich hab keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Das ging schnell. Wo muss ich denn hin? Ah, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie weiß er das immer. Ist ja langweilig. Man kann sich gar nicht mehr richtig vor dem verstecken. Ja, hi. Au. Ich seh dich. Oder deine Beinchen. Tja, da hast du jetzt Pech gehabt, mein Dicker. Jetzt bin ich in dem Raum, in dem ich sein wollte. Weil hier wollte ich mich umgucken. Ich glaube, ich muss da oben rein. So. Ich wusste doch, dass hier irgendwas war. Aber was mache ich hier jetzt? Gehen wir jetzt runter. Hä? Hä? Was machst denn du jetzt? Lass doch los. Hä? Muss ich hier doch nicht rein? Doch. Hops. Das ist zu. Ach so, da ist die Sodamaschine. Ah, jetzt bin ich hier in dem Raum. Okay. Sehr gut. Aufzug, 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 Aufzug. Okay. Okay. Ich bin gespannt. Oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wie tief geht denn das? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir jetzt sind, wie viel wir noch spielen können. Deswegen, ich würde jetzt eigentlich sagen, wir machen hier einfach mal eine Pause. Aber es wäre natürlich blöd, wenn die nächste Folge nur fünf Minuten geht, ne? Ich werde es riskieren müssen. Weil, mir hängt mein Herz in der Hose. Ich brauche, ich brauche gerade mal eine Pause. Es tut mir leid. Wir machen morgen weiter. Ja, bis dahin. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.